Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und begrüßt erstmal meinen Homie Kane. Der steht hier hinten, lasst euch nicht erschrecken, der beobachtet euch, dass hier auch keiner Faxen macht. Pokefans.net hat wieder einen sehr interessanten Artikel gepostet. Haben sie sehr schön gemacht, da gibt es ja immer alles. Es geht nämlich um die sechste Generation. Die fünfte Generation neigt sich ihrem Ende zu. Als nächstes werden also Pokemon aus der Kalos-Region. Kalos. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Kalos. Welche die sechste Generation mit Pokemon X und Y auf dem Nintendo 3DS eingeleitet hat, als neue Pokemon im Spiel erscheinen. Die Pokemon mit den meisten WP. Jetzt habt ihr hier eine Liste, damit ihr seht, was ist heftig, was ist nicht so heftig. Und ihr seht, das höchste hier, ein Hoppa, entfesselt, kommt auf 3994. Da bin ich etwas enttäuscht. Wir haben jetzt schon etliche Pokemon, die über 4000 kommen. Jetzt kommt die sechste Generation. Man denkt, das wird alles immer heftiger. Aber 3900? Ja, kommt natürlich auch auf die Werte an, was es so kann, ob das nützlich ist oder nicht. Früher, das ist sowieso, früher hat man so 2000 Beste, dann war 3000 die Grenze, wo die Leute durchgedreht sind. Jetzt, wenn es unter 4000 ist, juckt das die wenigsten noch. Wir wollen uns aber heute mal die Pokemon angucken, weil wie gesagt, ich kenne ja nur die erste Generation. Ich habe mit allen anderen Generationen nichts am Hut. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Spiele nie gespielt. Ich hatte nur die blaue Edition für den Gameboy damals in schwarz-weiß. Blau, schwarz-weiß. Und neben den Pokemon mit den meisten WP sind nämlich hier auch schön die Artikel über alle Pokemon. Und alle Pokemon wollen wir jetzt mal hier kurz so drauf machen und mal gucken, was erwartet uns da alles. Wie sehen die aus? Hier steht ja auch Max WP plus Kumpel und so weiter. Und welche finde ich persönlich cool, welche mag ich gar nicht und vielleicht, was ist euer Liebling dabei? Wir gucken uns also mal kurz den Artikel durch. Iga Maro ist also im Prinzip der Pflanzenstarter, so wie es aussieht. Sieht schon wieder so kindlich aus und so kitschig. Also, wo ist die gute alte Generation 1 hin, wo alles brutal war, wo man einfach Albträume bekommen hat, wenn man Bisasam gesehen hat, der alles kaputt gemacht hat. Nein, Bisasam trotzdem, übelst süß natürlich. Sah auch aus wie eine Pflanze. Das sieht einfach aus wie ein Affe mit einer Mütze. Und schon ist es ein Pflanzen-Pokemon, ich verstehe es nicht. Hat natürlich dann auch Weiterentwicklungen. Plötzlich ist es ein fetter Schweineigel, rund wie ein Ballon. Sieht immer noch lustig aus. Ja, was ist das? Das passt gar nicht dazu, finde ich. Keine Ahnung. Brigaron, also Brigaron. Ist auf jeden Fall die letzte Entwicklung, kommt auch kurz vor 3000. Okay. Ist eigentlich relativ hoch für einen Starter. Die meisten kommen immer so auf 26, 25, vielleicht mal 27, 29. 29 ist eigentlich schon heftig. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Maschine. Für mich aber auch irgendwie undefinierbar. Keine Ahnung. Dann haben wir Finks. Ein kleiner Fuchs. Und wie heftig war Glumanda, Glutexo, alles andere. Selbst Floing. Gut, Floing war ein Schwein und war auch schon total süß. Jetzt haben sie hier ein Füchschen. Das ist doch nicht brutal, oder? Bruder. Aber sieht eigentlich schön aus. Sieht schön aus, sieht edel aus. Jetzt sieht es aus wie Lucario in der zweiten Form. Okay, nehmen wir auch mal mit. Und dann? Ja. Jetzt hat es plötzlich ein Kleid an. Ein Stöckchen mit Feuer dran. Also, da finde ich, ist der Pflanzenstarter in der Endstufe auf jeden Fall vom Look her sehr bedrohlich. Und das eher, wir gehen die elegante Schiene, Bruder. Ja? Kommt aber auch auf über 3000, wie ich gerade sehe. Okay. Dann haben wir, hm, ein Frosch. Froxy. Okay, alles klar. Wo ist Shiggy, Mann? Shiggy. Kaumalad. Boom. Ach, Kaumalad. Hier. Kanimani. Sonst was. Alles richtig cool. Und jetzt Frosch. Sogar der Pinguin. Hatte noch was. Damit? Uh, viele freuen sich, aber mir ist das alles zu weich eigentlich. Guck doch mal, wie der ausschaut. Jetzt hat er, jetzt hat er hier so einen Schal drum, so. So, Cruella the Wild Style. Oh, seht mich an. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt. Kwayutsu. Gibt's ja, glaube ich, als zwei Formen. Als Kwayutsu normal und das Ash Kwayutsu kommt hier auch nur auf 26. Ist also der schwächste von den WP her, von den Stadern. Aber das Ash Kwayutsu kommt auch auf 3.9 bzw. 4.000 mit bester Kumpelbonus. Das ist heftig. Dann kommt das auch in der Liste vor mit den WP stärksten Pokémon auf jeden Fall. Also das, dafür, dass es erst das Schlechteste ist und durch den Ash Bonus, vielleicht hat's ja dann einen Ash Cabby auf, durch den Ash Bonus ist es dann plötzlich über 4.000. Das ist auf jeden Fall cool. Ein Hase. Haben wir ja noch nicht genug. Skobbel. Ne? Und dann guckt er auch noch so dämlich. Da finde ich Haspyrohr vom Design. Nein, zum Beispiel tausendmal schöner, das hier einfach, ja gut, Pokedex-Eintrag, weg damit. Was ist jetzt? Jetzt sieht er aus, als hätte er sich im Schlamm gewälzt und hat einfach nur Dreck an den Ohren. Und ein Bierbauch, das sieht doch richtig aus, wie hier so oben die weiße Schaumkrone drüber. Hier das goldgelbene Bier auf den Bauch geklatscht. Also, ja, sehr schön gemacht. Dartiri, da muss man ja aufpassen, dass man nicht Dratini liest. Sieht eigentlich ganz nett aus. Vor allem diese kleinen, äh, stellt sich ein Füßchen dabei. Dieser Blick ins Leere, einfach nur, finde ich, ist, äh, wird gut weitergeführt. Diese Taubsi, äh, Dusselgur-Reihe jetzt dann mit Dartiri. Gefällt mir eigentlich. Muss ich sagen. Joa, der hat was. Jetzt guckt er auch böse. Jetzt sieht's aus wie ein böses Taubsi mit dem roten Tuch auf dem Kopf. Also, hehehe. Komm, der hat was. Der ist, der ist genial. Der, aus dem kleinen, süßen Spatz. Und jetzt hier richtig brutal Fiaro auf 2.223. Kommt zwar nicht so hoch, aber, ja, finde ich, vom Design her, gefällt mir schon viel besser als die Starter und dieses ganze kleine, wuschelige. Also, diese Entwicklungsreihe, Hut ab. Super. Purmel. Sieht aus wie eine Bazille mit noch mehr Bazille dran. Keine Ahnung, kann ich nix zu sagen. Äh, sieht noch komischer aus. Keine Ahnung, was. Es entwickelt sich. Zu einem Schmetterling. Zu einem, ja, Vivilon. 1878. Je nach Klima und geografischer Beschaffenheit seines Habitats ändert sich die Musterung seiner Flügel. Es verstreut bunten Flügelstaub. Ich mein, gut, in der letzten Form sieht das eigentlich ganz chillig aus. Gesellt sich da zu Smetbo. Finde ich auf jeden Fall schöner als Poodogs und so Zeug. Aber, ja, die Vorstufen sehen schon ein bisschen weird aus, sag ich mal. Leufeo. Ist das jetzt das, äh, Fucano, ja? Sieht eigentlich, was soll das sein? Ein Löwe? Ein Bär? Es hat das Gesicht von einem Bären. Ist aber irgendwie wie Hund, Katze, Löwe. Alles in einem mit einem feurigen Irokesenschnitt. Pyroleo. Gut, da ist der Name auf jeden Fall gekonnt, äh, fortgesetzt. Jetzt hat er auch seine, seine Mähne komplett herum. Aber sieht irgendwie, hier der, guck mal, zwei Beine, zwei Arme und hier oben ein Kopf. Der hat einfach noch ein anderes Pokémon im Gesicht und hat seinen Kopf durch das Pokémon durchgesteckt. Wenn du hier noch Augen dran malst, könnte man denken, das ist ein Abra. Aber, 6000 Grad heiße Atemluft. Okay, sehr schön. 2800. Finde ich aber, gerade von den Farben her, auch sehr trostlos. Also, dieses Grau-Beige und dann plötzlich Feuerrot und Gelb. Und dieser kleine, zusammengedrückte Kopf. Nee. Muss nicht sein. Dann haben wir Flabebe. Wenn das so heißt. Ein Typfee, okay. Naja, kann ich nicht viel zu sagen. Gehen wir mal weiter. Flöde. Floette. Ähm. Watt was von Sonnenkern und Sonnflora. Florgäs. Obwohl, eigentlich müsste es ja. Na gut. Fehl. Fehl, Fehl, Fehl. Fehl. Sieht aus jetzt wie ein Klatschmon. Aber ist mir auch alles zu drahtig. Hier guckt doch mal dieser spindelförmige Körper. Hier nach hinten rausgedrückt. 90 Grad Winkel nach unten. Hier fliegt was weg. Sind das Füße jetzt? Sind das Beine? Sind das hier Schenkel? Ist das einfach nur... Ist halt Blätterteig. Wunderbar. Mechikel. Ein... Ein Biber-Meerschweinchen mit Dammgeweih und Buschschal, orangen Füßen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wird auf jeden Fall dann auch ein strammer Ziegenbock. Steht aufrecht. Guckt böse. Also, Chefrum 2800 hat auch nur eine Weiterentwicklung. So Ziegenbock mäßig haben wir eigentlich noch nix. Wir haben einen Damm hier, Plex, was man nicht entwickeln kann. Aber hier... Endlich mal was Neues, sag ich mal. Nö, passt eigentlich. Der geht auch durch. Pam, pam. Okay, ein hässlicher Bär, ein hässlicher Panda-Bär, der hier ein bisschen Gras kaut und böse guckt. Finde ich jetzt weder süß noch bedrohlich. Ist aber wenigstens vom Typ Kampf. Und wird... Pandagro mit 2900. Kommt in die Reihe Ursa-Ring rein, in die Reihe Rex-Blissar. Nicht in die Reihe Relaxo. Relaxo ist ein fetter Beutel für sich. Aber Pandagro, ja. Kampf und Unlicht. Ist auch eine gute Kombination eigentlich. Sehr interessant. Kurz vor 3000. Also, den nimmt man mal mit. Aber die Vorentwicklung, nee, finde ich jetzt nicht so cool. Koiwaff. Sieht aus wie ein... Ich wollte erst sagen ein Schaf, aber eigentlich sieht es aus wie irgendein komischer Hund. Die so ein komisches, überschüssiges Fell haben und dann immer diese langen Ohren, die da rumzottel ich da. Also schon wieder ein Hund. Das ja bei den Monokelträgern sehr beliebt ist. So ein... Sieht auch so aus, als wäre das ein Eigenständiger. Kommt auf 2100. Nee, aber ist mir zu viel Schickimicki. Psyau! Die Sau. 1275. Hat noch eine Weiterentwicklung. Sieht ganz chillig aus als Psycho. Dieser verstörte Blick ins Leere. Sieht irgendwie unscheinbar aus, aber hat es bestimmt faustdick hinter die Ohren. Wenn wir weitergehen, sieht es plötzlich aus wie eine Art Evoli in Blau als Psycho. Mit 2100. Und war es das schon? Psyau Gon? Oder gehört das nächste auch noch dazu? Nee, das ist wieder was anderes. Schade. Da hätten sie doch ruhig noch eine Stufe machen können und dann 3500. Übelst fett und übelst brutal. Sieht sehr elegant aus, aber mir gefällt eigentlich diese Ursprungsform besser. Hier, Psyau. Psyau finde ich cool. Kann man nix sagen. Dann haben wir Gramokles 1400. Stahl und Geist. Ist ein Schwert. Oder wie? Geist und Stahl, genau. Joa. So stelle ich mir Kontinentale vor, dass die so aussehen. Aber keine Ahnung. Hat eine Weiterentwicklung. Duokles. Dann sind es halt zwei gekreuzte Schwerder. Also, da haben sie sich sehr viel einfallen lassen. Immer noch Stahl und Geist. 2400. Und es geht sogar noch weiter, so wie es aussieht. Mit? Nee, geht's nicht. Okay. Hä? Zwei, vier. Eins, fünf. Gut, ich glaube bei Duokles ist Schluss. Nimmt man halt mit. Zwei Schwerder, wieso nicht? Gegenstände in Pokémon Go. Früher war es so, jetzt ist es so. Wunderbar. Wir haben Durengard in Schildform. Sieht aus hier. Mund, drei Augen. Oben noch ein Auge. Arme. Hut. Sieht wieder sehr weird aus. Aber auch Stahlgeist. So wie davor. Und dann haben wir noch die Klingenform. Ach, es ist ein Schwert. Genau. Was das Schild neben sich hält. Und vorher hat es halt das Schild einfach vor sich. Und hat zwei Wipfel. Und dann hat es plötzlich nur noch ein Wipfel. Zwei, fünf. Finde ich aber jetzt auch nicht so ansprechend. Parfi. Typ Fee. Sieht auch aus irgendwie wie ein Küken. ein Marshmallow-Küken. Aber ein paar Finesse. Zwei, drei. Ist auch nicht so meins. Alles so rosa. Alles so kitschig. Flauschling. Ist das die Zunge? Dieser verschrobene Mund mit der Zunge, die raushängt. Hier unten hängt ein Zipfel weg. Zwei Hörner. Ehemalige Hörner. Keine Ahnung. Auch Fee. Also viele Fee sind dabei in Generation 6. Aber nee. Gefällt mir auch nicht so. Boah. Ist das hässlich. Jetzt sabbert es auch noch. Und hier läuft alles runter. Und diese Sabayonne sieht halt aus, als hätte es wenigstens eine Kirsche auf den Kopf. Aber ist auch nichts für mich. Iskala. Undicht Psycho. Mhm. Schaut hoch in die Luft. Finde ich aber auch nicht schön. 900. Calamaneiro. Hat hier so eine Traunfugil-Frisur. Soll Calamari sein. Ja. Irgendwas. Aber eh. Gefällt mir auch nicht. Bittorah. Geist und Wasser. Ist das jetzt eine Nachmache von Dicta Dictory. Sieht einfach aus wie ein Muffin. Wo einfach zwei Würmer raushängen. 958. Finde ich auch zu bunt, zu komisch, zu weird. Tanatora. Geist, Wasser. Ist die Weiterentwicklung, so wie es aussieht. Weil hier ist der Muffin jetzt aufgeplatzt. Hat plötzlich 10.000 Arme. Macht Maromai-Konkurrenz. Hat als Kopf irgendwie auch eine Hand. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Kommt auf 2.7. Gestein und Wasser. Gestein und Wasser. Interessante Kombination auf jeden Fall. Der gefällt mir eigentlich ein bisschen. Muss man so sagen. Algit. Giftwasser. Nee, komm weg. Das hier Knofensa. Knofensa für Arme mit Robin Hut. Roten Augen. Weil es wahrscheinlich immer sich selbst raucht. oder eine Mischung aus Knofensa wegen den Blättern und der Wurzel hier unten und Seepa wegen wegen dieser Seepferdchen-Nase. Hat eine Ach du Scheiße. Tantrak. Hat eine Weiterentwicklung die aussieht als wäre sie gerade überfahren worden. Nimmt man auch mal mit. 2, 4 aber ja das war es auch schon. Skampisto ein neuer Krebs macht Krabbi Litomilf Krebskorps jetzt statt Rot ein ähm blauer Krebs ja das Blau ist mir ein bisschen too much hätten sie auch Rot machen können wäre es gar nicht aufgefallen. Nee der sieht aber eigentlich cool aus vom Design und entwickelt sich zu vielleicht zu Wummer und sie dann jetzt kann ich gar nichts mehr erkennen ist das hier und er hat dann da was dran ist das und das hängt unten raus verstehe ich nicht. Indem es über die Düsen am hinteren Ende seiner Scheren Wasser absorbiert kann es sich mit einer Geschwindigkeit von 60 Knoten fortbewegen. Ja nee gut ach ich nehme alles zurück vergesst Scampista vergesst äh Wummer nee wir bleiben bei Krabbi und den anderen Gesocks so was ist hier ich hab gedrückt ich will weiter Iguana hm jetzt wollte ich gerade sagen das sieht cool aus aber irgendwie stört mich schon wieder was diese extrem hängenden Ohren wenn die Ohren weg sind und das würde stehen würde mir das irgendwie besser gefallen das hat voll den riesen Schädel dafür dass es so einen kleinen Körper hat also hätte das gestanden so wie Ampharos und hätte unten noch einen Körper dran gehabt und dann entwickelt sich's weiter und geht gut ab aber dieses auf dem Boden rumkriechende etwas sieht ein bisschen strange aus toll jetzt steht's oder was und hat plötzlich einfach nur eine Latexmaske auf Batman guck mich an wieso haben sie nicht diesen Körper und den Kopf vom ersten zusammen dann fände ich das richtig cool und hätten diese Latexmaske auf das drauf dass das am Boden rumkrauchelt ha komische Kombination kommt auf 2,6 auf jeden Fall weiß ich nicht der Balgoras der sieht cool aus und der hat jetzt schon 1600 da passen auch die Farben ist nicht so übertrieben braun dicke Krallen hier am Hals Gewurstel weißer Mund und dann ganz leicht ein paar orange Zacken auf dem Rücken ist wohl hier Cognodon Weiterentwicklung ja Monagoras 3168 erinnert einen auch ein Stück an Impagador aber ist auf jeden Fall von der Weiterentwicklung her gut anzusehen jetzt ist er eher rötlich ein Stück aber hat Zacken auf dem Kopf hat richtig scharfen Kiefer hat hier seine Halskrause beibehalten hat hier ein paar Highlights auf der Haut auf den Beinen auf dem Schwanz gefällt mir eigentlich ganz gut ist glaube ich jetzt jetzt schon mein Lieblings Pokémon mit Lieblingsentwicklung dazu Amarino passt glaube ich besser als das Elektro Ding eben was da war da ist der Kopf nicht zu groß und da passt das auch dass das auf allen Vieren läuft hat hier einen Diamanten ist vom Typ Gestein und Eis guckt ganz unschuldig in die Kamera wir kennen es entwickelt sich ja zu Amagaga Amagaga 2800 und dürfte aber trotzdem als Eisangreifer vielleicht jetzt nicht der Babo unter den Eis Pokis werden trotzdem sieht es eigentlich recht interessant aus auch dass dieser Schweif was das ist hier dieser Lappen am Kopf schön sich dann den ganzen Hals entlang erstreckt er aussieht wie ein Langhals einen langen Schwanz und jetzt hat er noch mehr Kristalle sehe ich gerade also das ist eigentlich auch ein schönes Pokémon können wir auch ein Däumchen geben Felinara 3100 da warten ja alle drauf ob es da wieder einen Namenstrick gibt ob es eine besondere Methode gibt den zu entwickeln ich finde trotzdem Felinara vom Design her hässlich ihr sagt elegant ich sag hässlich aber schon wieder Fee wenn ich so sehe Blitzer Flammare Aquana boom selbst Psiana Nachthara boom gut Glaciola Vollipurba haben dann etwas nachgelassen die sind schon in die Kulleraugenschiene wir müssen süß sein verfallen aber es hier so oh seht mich an ja das passt dazu die letzten drei sind nicht mehr mein Geschmack sagen wir es mal so Resladero yo seht mich an ich bin Ray Mysterio ich bin Highflyer ich spring von jedem Ringseil sieht aus als hätte es eine Maske auf und als hätte es einen Umhang um und als wäre es ein kleiner Wrestler genau Kampf und Flug ist auch eine coole Kombination vor allem sieht auch interessant aus also der gefällt mir auch und ist das ne ach der ist bestimmt einzeln wenn er jetzt schon 2-4 hat schade vielleicht ein kontinentales ich weiß es nicht die Denne mhm schon wieder eine Pikachu nachmache mit seinem Schwanz zapft es Kraftwerke sowie Steckdosen in Häusern an um Strom zu tanken den es über seine Schnurrhaare wieder entlädt sieht aber trotzdem lustig aus wenn man sich die Ohren also die schwarzen Sachen wegdenkt dann sieht es halt aus wie ein shiny Pikachu und dann haben sie einfach Mickey Mouse Ohren dran diese Antennen Barthaare und nen Stromsteckerschwanz den er selbst festhält wieso nicht hat was finde ich auch cool Rokara ne ein Brummkreisel wollen wir nicht Viscora grüne Wangen nichts sagender Blick einfach ein 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 Schleimklumpen aus der Nase gerotzt auf den Boden was wird daraus ja der Schleimklumpen freut sich weil er wird größer finde ich aber immer noch hässlich 2000 aber Viscogon 3550 da geht schon eher was finde ich jetzt aber auch weiß ich nicht wenn ich jetzt denke an Regiram ein Cekrom und sowas die vom Typ Drache die sind auf jeden Fall richtig brutal das ist jetzt wieder so ich bin Dragoran ich bin klein und süß seht mich an ich hab ne Knubbelnase obwohl das hat hier nicht mal ne Nase das hat irgendwie so ein eingedrücktes Gesicht und dann hier so Zöpfe ne ist auch nicht mein Geschmack obwohl das natürlich äh hohe WP erreicht Klavion einfach ein ein Schlüsselbund mit verschiedenen Schlüsseln ja 1900 Stahl und Fee das ist irgendwie cool vor allem die Schlüssel es sind alles andere Schlüssel und andere Farben und hier das sieht aus wie mein ähm wie mein Autoschlüssel dann hier hast du den Briefkastenschlüssel das ist der Schlüssel zu meinem Schloss weil so alte Schlüssel gibt's doch gar nicht mehr das ist auch cool Klavion Paragoni ein Pflanzegeist ja ein Holz äh Stumpf aus dem hier einfach Haare raushängen hat hoffentlich ne Weiterentwicklung so als Geist-Pokémon wenn das da so rumschwebt kann ich mir das auch gut vorstellen ja Dromborg mit 2500 jetzt ein großer lebendiger Baum Geist und Pflanze gefällt mir eigentlich auch ganz gut diese breiten Wurzeln und es läuft auf allen Beinen und hat hier riesen Hände einfach nur ein wenn man so guckt denkt man das hier ist die Nase die sich hochkreuselt und der Mund ist auf und es lacht fröhlich aber ich glaube das soll einfach das Auge sein das rote strahlende einäugige Baummonster was hat das hier da hat es aber noch zwei Augen da hat es zwei Augen und da hat es plötzlich nur noch ein Auge vielleicht ist eins hinten dran man weiß es nicht ne ist aber auch ganz cool Irrbis Größe S 1200 was heißt Größe S entwickelt sich das in die nächste Größe sieht aus wie ein Kürbis mit vor allem hat es hier Augen und hier oben nochmal ein Gesicht drauf oh es wird größer 1217 1237 1260 1266 1266 das war es schon Pumpkin kommt danach oder oder ist kann man ein S weiterentwickeln zu einem anderen S zum Pumpkin und es hat halt vier verschiedene Größen aber jede Größe hat eine Weiterentwicklung und du machst nicht Größe S zu L und L zu M und sowieso nicht M S M L X L sieht aber interessant aus gefällt mir eigentlich gut vom Design dieser Kürbis und hier oben drauf nochmal dieser extra Geist mit diesem traurigen Gesicht und das könnte wenn das auch genau dieselben Größen hat ist das sicherlich eine Weiterentwicklung von dem ersten und ihr müsst Irbis zu Pumpkin entwickeln ein S ein M ein L ein XL 2200 jetzt ist der oben rausgewachsen unten der hat eine richtig schön ausgeschabte Form wie man das so kennt dann Halloween wird jetzt immer größer und saftiger Größe XL haben wir noch mh 2666 oh wieso nicht so als Geist-Pokémon Geist-Pokémon sowieso die coolsten Viecher immer Arktip Schnäppke Schnäppke war cool das finde ich jetzt nichts dran das schon eher Arktilas mit 3200 einfach so eine Eisschorle gezackt abgebrochen geriffelt bebeint und hier das Gesicht wie Groudon so ähnlich von der Visage der ist auch cool Arktip nein Arktilas korrekt FM FFM FM Flug und Drache jo sieht auch aus wie eine Art Fledermaus mit dicken fetten großen Ohren was haben die für Namen FM Uhafnir ok ich glaube das war es dann davon es hat seine 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 Ohren behalten steht denn da die Ultraschallwellen aus seinen Ohren zermalmen Felsen zu kleinen Kieseln greift stets im Schutz der Dunkelheit an Batman hat auch was hat aber einen richtig komischen Namen deswegen keine Ahnung Xerneas 3800 wie dünn und elegant wenn da einer drauf klatscht das bricht doch zusammen das besteht doch nur aus das besteht doch nur aus Knochen jetzt hat man hier Viridium und Cobalium diese Rehe Hirsche was auch immer jetzt kommt Xerneas irgendwann was auch schon wieder so ähnlich aussieht gehört das auch zu einem Trio Iveltal 3800 hat schon eher was von den Farben bedrohlich aber sieht schon wieder so unförmig aus was ist das hier Flügelkörper und hier sind Greiffüße und hinten hängt einfach der Schwanz nochmal weg wo nochmal lauter Zotteln dran sind also das ist so wie ein Greifarm wenn ihr hier immer zockt und euch Kuscheltiere holen wollt und das geht zu und das hält nichts fest und zwischendurch hat es aber seine normalen Füße Unlicht Flug 3800 sieht auf jeden Fall gefährlicher aus als das das ist halt ich bin elegant und du bist nicht fertig dann Zigarde 10% Drache und Boden ist ein Hund ein verseuchter Hund ein Atomhund mit weißen Augen mit grüner Plutonium Schnauze hier hat er noch sein Halsband dran also die Leine ist komplett abgerissen was hier unten dran rumhängt keine Ahnung hat er nur drei Beine und hier hängt irgendwas und da sind noch zwei okay sieht auch komisch aus zig 80 50% wie viel hat er der erste 2400 3400 jetzt ist es einfach nur noch keine Ahnung was das ist wie soll man das definieren wo ist denn hier soll das ein Auge sein mit drei Kacheln drunter ist also der Kopf es ist also dann im Prinzip wie eine Cobra wie eine Schlange die hinten am Rücken aufgefächert diese einzelnen Strap-Ons hat dieses ganze das muss man schön 3D sehen und dann durch die Gegend drehen dann hat man das aber es kommt ja noch die Zigarde Optimum vor mit 3700 jetzt steht es auf einmal hat hier lauterweise Punkte hier hat es blau hier hat es rot am Schweif hier hat es einen Kopf sieht aus wie ein Transformer es wird gemutmaßt dass es von seiner Höhle aus all jene beobachtet die dem Ökosystem Schaden zufügen das ist aber schön er soll mal hier nach Hibu kommen sieht auf jeden Fall cool aus sieht aus wie ein Transformer wie gesagt Optimus Prime 3700 da geht schon was Dian C viele Diamanten 2700 ok aber schon wieder Fee alles Fee Fee hier Fee da ist mir zu hübsch sagen wir mal Hoppa gebannt Alter mit seinen sechs Ringen und seinen sechs riesigen Armen kann es alles an sich reißen was es möchte wenn seine Kraft versiegelt wird nimmt es jedoch eine kleinere Gestalt an gut das ist jetzt versiegelt deswegen hat es auch nicht sechs Arme und sechs Ringe hat aber trotzdem 3300 einfach so 3400 mit bester Kumpel und dann kommt der Hoppa entfesselt er sieht halt aus wie so ein kleiner Genie die Fresse dazu und diese grünen Augen sieht auf jeden Fall interessant aus Psycho und Geist und dann entfesselt und ich erkenne nichts mehr gut jetzt ist es nur noch ein schwarzes Loch 1 2 3 4 was hat er sechs Arme das sind doch Beine hier unten 1 2 3 4 5 ich sehe noch fünf Arme mit seinen sechs Ringen und seinen sechs riesigen Armen hier hat er einen Ring in der Hand das ist eine Hand dann hat er hier eine Hand da müsste doch hier drüben noch eine sein oder ist die gerade hat er gerade verloren keine Ahnung und oben hängen noch zwei daneben das ist ein Kopf und das ist ein Horn sieht schon wieder 3900 4000 sieht ein bisschen konfus aus gefällt mir der Kleine eigentlich besser das ist ein Rumgebammel aber okay nehmen wir es so mit Volkanion erinnert mich etwas an vor allem Feuer Wasser erinnert mich etwas an Terrakium hat einen Ring auf dem Rücken da kannst du dir um den Hals hängen hier Kette durch fertig 3600 wieso kommt dann Meltan okay egal ja ist ganz okay sage ich mal ist aber nicht mein Highlight jetzt haben wir plötzlich Meltan aus Gen 7 sind jetzt alle weg von der Gen 6 sind die jetzt fertig gewesen wir gucken noch mal auf die Seite wie lange das ging da müsste ach genau Volkanion ist das letzte da frage ich mich nun was sind denn die legendären davon die man so kriegen kann gibt es da Trios gibt es da sonst was tauchen die zwei auf als Trio weil sie zwei sind taucht das auf ich habe keine Ahnung wie gesagt ich kenne mich mit Generation 6 gar nicht aus nix die Starter konnte man raus sehen was kontinental sein kann habe ich keine Ahnung was dann hier heftig sein wird keine Ahnung gehört Zergade zu Xeneas und Evil Tal und warum ist Volkanion extra der hat doch bestimmt nichts hier mit Hopper zu tun naja lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen also Respekt an jeden der das Video bis jetzt geguckt hat Hopper auf jeden Fall hier entfesselt das heftigste mit 3994 und Esch Waiutsu Xerneas Evil Tal dieses kleine zarte Reh sogar krasser als Zergade okay hm lassen wir das einfach mal so stehen wenn ihr die sechste Generation kennt wenn ihr Erfahrung damit habt wenn ihr das gespielt habt schreibt es mal in die Kommentare und vor allem was ist euer Lieblings Starter von den dreien hier sind sie ja nochmal zu sehen der Affe der Fuchs oder der Frosch oder schreibt halt Pflanze Feuer Wasser aber was ist generell euer Lieblings Pokemon aus der sechsten Generation oder auf was freut ihr euch am meisten ein paar fand ich richtig cool ein paar fand ich richtig Absturz wird auf jeden Fall interessant man nimmt ja eh alles mit man fängt ja eh alles was kommt egal ob es cool aussieht oder nicht ein paar kräftige Biester sind auch dabei aber insgesamt finde ich glaube ich Generation 5 hat meiner Meinung nach die krasseren Pokemon gehabt und die besseren Pokemon auch von den Designs her Generation 6 geht da wieder einen Schritt zurück für meinen Geschmack eure Meinung könnt ihr ja mal unten reinschreiben das war es jetzt von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin Peace out vorhaut euer Ramses